Wir haben bei DASUS-System eine Historie von User-Konferenzen, die viele, viele Jahre zurückgeht. Wir haben fast 30 Jahre lang Anwenderkonferenzen gemacht in einzelnen Technologiebereichen, Simulia beispielsweise, der Abacus-Anwenderkonferenz, aber genauso gut auch eine Simpec-Anwenderkonferenz. Es gab im CATIA-Bereich Anwenderkonferenzen und sehr stark auf Technologie und auf den jeweiligen Anwendungsbereich fokussiert. Dadurch, dass sich unser Produktangebot jetzt so erweitert hat, wir haben daraus eine Plattform gemacht, auf der alle diese Technologien integriert sind, hat es sich ganz logisch auch angeboten, die User-Communities zusammenzubringen, sodass sich hier die verschiedensten Anwender innerhalb der Wertschöpfungskette treffen können und miteinander entlang der Wertschöpfungskette sprechen können über die Schnittstellen und so wirklich über Silos hinweg eine durchgängige Lösung und den Einsatz von unserer Technologie in ihrer industriellen Anwendung besprechen zu können. Sicher einer der Highlights auf dieser Konferenz war das sogenannte ECAF-Symposium. ECAF steht für Electric Connected Autonomous Vehicle. Und in diesem Track haben wir die verschiedensten Spezialisten rund um das elektrisch fahrende, autonom fahrende Auto zusammengesammelt, die alle Elemente dieser komplexen Aufgabe zusammenfassen. Ob das die Sensorik ist, die durch elektromagnetische Simulationen behandelt werden musste, oder das Fahrwerk, die Steuerung des Fahrwerks auch in einem autonomen Fahrmodus. Alles dies kam zusammen in einer Community, die Simulation und Modellierung im Bereich des elektrisch fahrenden Autos besprochen hat. Ganz spannend wäre es, diese Communities, die sich jetzt hier gebildet haben, zu erweitern, um die noch fehlenden Aspekte. Sicherlich heute noch zu kurz kommen Themen, die Model-Based Systems Engineering betreffen. Also wie breche ich Anforderungen runter entlang der Wertschöpfungskette in konkrete Requirements, die dann in der Konstruktion, aber auch in der Berechnung der Simulation abgeprüft werden sollen. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Kollegen von der Akquisition NoMagic auch jetzt auf dieser Konferenz vertreten waren und am ersten Tag auch einen eigenen Workshop dazu gemacht haben, in dem man die Technologie mal kennenlernen konnte. Auch hier geht es ganz spezifisch um das Thema Model-Based Systems Engineering, das heißt die Abbildung, die funktionale Abbildung. Wir starten bei den Requirements und dann runtergebrochen in eine funktional-logische und dann physikalische Repräsentation von Anforderungen und Abbildung der Testszenarien, um die Performance von den Bauteilen oder Systemen sicherzustellen. Darüber hinaus haben wir eine riesige Community, die heute auch unsichtbar ist, die sich noch nicht trifft, zumindest nicht durch das SoSystem organisiert. Das sind die klassischen Ingenieure im CATIA-Umfeld. Auch hier wollen wir gerne ein Angebot machen, das es attraktiv macht, sich hier im Rahmen dieser Nutzerkonferenz mit uns zu treffen, mit ihren Peers zu treffen, um dieses Event noch wertvoller zu machen. Besonders froh war ich, gleich zur Eröffnung zu sehen, dass das Haus voll war. Wir haben uns ambitionierte Ziele gesteckt, diese erste Das SoSystem User-Konferenz recht groß zu machen und haben ambitioniert uns einen Veranstaltungsort ausgesucht, der entsprechend Platz für viele hundert Teilnehmer gibt. Und heute Morgen zu sehen, dass der Raum voll gefüllt war mit Anwendern aus den Communities von Simulationen, von Modellierung und Systems-Darstellung, war sehr, sehr toll und begeisternd zu sehen, dass das Konzept funktioniert, die verschiedenen Communities hier zusammenzubringen.